Hallo und herzlich Willkommen! Heute üben wir danken, bedanken. Ich möchte mich für das Geschenk bedanken. Ich bedanke mich für das Geschenk. Danke für das Geschenk. Ich danke dir sehr. Danke für die Information. Ich bedanke mich bei dir. Er bedankt sich bei dir für das Geschenk. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für das Geschenk bedanken. Hast du dich schon bedankt? Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Sie bedankt sich bei dir für das Geschenk. Ich habe meinem Bruder für seine Hilfe gedankt. Ich habe mich bei meiner Schwester für ihre Hilfe bedankt. Er bedankt sich bei seiner Kollegin für ihre Unterstützung. Der Nachbar klingelt und bedankt sich bei uns für das Geschenk. Warum bedanken Sie sich nicht bei Ihrem Kollegen für seine Hilfe? Haben Sie Ihrem Kollegen für die Zusammenarbeit gedankt? Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit.